Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 6 auf, erster Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungssetzes. Hierzu wird aufgerufen, die mündliche Frage Nr. 1100 des Abg. Gerhard Merz darauf vor, dass wir zunächst diese Frage und die Antwort des Ministers machen und dann der Gesetzentwurf eingebracht werden. Machen wir es so? Gut, Gerhard, auf geht's. Ich frage die Landesregierung, hat sie eine Evaluation des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes vorgenommen? Herr Abgeordneter, bei dem vorliegenden Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes handelt es sich um einen aus der Mitte des Landtags eingebrachten Gesetzentwurf, zu der die Landesregierung nach den Vorschriften der gemeinsamen Geschäftsordnung eine Stellungnahme abgegeben hat. Eine Evaluation von Gesetzesentwürfen der Landesregierung wäre nach dem gemeinsamen Runderlass des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister zur Einführung eines Leitfadens für das Vorschriftencontrolling vom 13. Dezember 2017 bei befristeten Gesetzen vor Ablauf der Geltungsdauer erforderlich. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz wurde durch Art. 64 des Gesetzes zur Entfristung und zur Veränderung der Geltungsdauer von befristeten Rechtsvorschriften vom 13. Dezember 2012 entfristet. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen war eine Evaluation des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes nicht vorzunehmen. Vizepräsident Wolfgang Greilich Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfragen gibt es keine? Gut, dann können wir zur Einbringung kommen. Herr Kollege Reul bringt den Gesetzentwurf ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringen heute das zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes in das parlamentarische Verfahren ein. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an allen modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen, sowie vorhandene Zugangshindernisse, um Barrieren zu beseitigen. Ziel dieses Gesetzes ist es, unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2006 die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern, sowie die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen. Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der vollen wirksamen gleichberechtigen Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt schon ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert. Insgesamt möchte ich an dieser Stelle drei Punkte erwähnen, damit es deutlich wird, was eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes ist. Erstens. Menschen mit und ohne Behinderung ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit Behinderung in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. Zweitens. Menschen mit Behinderung, die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert werden. Ein weiterer Punkt. Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung im Sinne der Behindertenrechtskonvention versagt werden. Deshalb haben wir jetzt auch in dem zweiten Änderungsgesetz einige Ergänzungen vorgenommen. Wir richten uns natürlich nach der Vorgabe des Bundes. Der Bund hat in seinem novellierten Behindertengleichstellungsgesetz im Sinne der Übertragung der Vorschriften der UN-Behindertenrechtskonvention für die Schaffung von Rechtsklarheit und Sicherheit gesorgt. Da der Bund im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz im Wesentlichen nur Verpflichtungen für Beträge öffentlicher Gewalt des Bundes vorsehen kann, muss eine Umsetzung jetzt an dieser Stelle in Landesrecht erfolgen. Das bisher unbefristete Hessische Behindertengleichstellungsgesetz aus dem Jahre 2004, zuletzt novelliert 2010, soll das Verhältnis der Bürgerinnen zwischen Bürger und Staat im Sinne der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention präzisieren, indem es den Verwaltungsbehörden im Land Hessen klare Handlungsleitlinien vorgibt. Dabei wird auch die Berücksichtigung der besonderen Bedarfe von Menschen mit multiplen Beeinträchtigungen verankert. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz ist als ein Rahmengesetz zu verstehen, das nur grundsätzliche Erfordernisse und Definitionen anlag dem Behindertengleichstellungsgesetz für das Verwaltungshandeln der Behörden im Land Hessen vorgibt, die konkreten Regelungserfordernisse zur Umsetzung der Intention der UN-Behindertenrechtskonvention, aber den jeweiligen fachspezifischen Normsetzungen überlässt. Denn Inklusion erfordert das grundsätzliche Mitdenken der Belange von Menschen mit Behinderungen bei den zu gestaltenden Lebensbereichen. Seit dem Jahre 2016 ist sichergestellt, dass alle Gesetze und Verordnungen am Maßstab der UN-Behindertenrechtskonvention zu überprüfen sind. Zu dieser Prüfung ist ein Leitfaden erstellt worden. Insoweit wird schon an dieser Stelle Sorge dafür getragen, dass in den gesetzlich zu gestaltenden Lebensbereichen die Regelung der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt und die berechtigten Interessen der Menschen mit Behinderungen grundsätzlich bei jedem Gesetz und in jeder Verordnung mitgedacht und auch dort schon überprüft werden müssen. Mit diesem Ergebnis dieser Prüfung ist dann auch eine Aussage über den gegebenenfalls notwendigen Änderungsbedarf gegeben. Aus diesem Grund ist es auch nicht erforderlich, dass wir jetzt in diesem Änderungsgesetz jeden einzelnen Lebenssachverhalt einzeln dort explizit regeln. Das Ziel der Herstellung von Barrierefreiheit wird durch das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz in den Bereichen, für die das Land selbst verantwortlich ist, konkretisiert. Im Übrigen ist es an allen weiteren staatlichen Ebenen adressiert. Die grundsätzlichen Definitionen werden daher mit dem novellierten Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz für alle staatlichen Ebenen gleichzeitig implementiert. Ein Ausschluss der kommunalen Ebene wäre dann im Gegensatz zur UN-Behindertenrechtskonformität nicht gegeben. Durch die Klarstellung der Erfordernisse einer barrierenfreien Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung können Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung in der Praxis besser begegnet werden. Die Länder haben nach Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes nach seinem Vorbild im Wesentlichen nachgebildete landesrechtliche Vorschriften zum Schutz von Menschen mit Behinderung in Kraft gesetzt. Daher baut auch das Hessische Behindertengesetz auf den Bestimmungen der Novelle des Bundesgesetzes auf. Zugleich wird auch an dieser Stelle dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Vorschriften in Bund und Ländern entsprochen. Für das Land aber gibt es auch spezifische Regelungen. Ich erinnere daran nur an den Landesbehindertenrat, an den Inklusionsbeirat, an die Barrierefreiheit bei Bestandsbauten, die dort normiert sind. Insgesamt richten wir uns aber an den bundeseinheitlichen Regelungen aus. Zusätzlich kommt dazu – das möchte ich an dieser Stelle kurz noch erwähnen – mit den in Hessen landesweit vorhandenen Angeboten schon zur Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder, von familienentlastenden Diensten, psychisch-sozialen Kontakt- und Beratungsstellen, Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen, differenzierte Arbeits- und Beschäftigungsangebote in und außerhalb von Werkstätten für behinderte Menschen sowie einem breiten Spektrum adäquater Wohnformen sind wir bei der Realisierung unserer Ziele auch im bundesweiten Vergleich schon sehr weit gekommen. Dies trifft auch für die in Hessen geschaffenen Angebote zur integrativen Erziehung und Bildung im Bereich der Kindergartenversorgung und dem Ausbau des betreuten Wohnens und der Gewährung eines individuellen Hilfebedarfs bei den psychischen Erkrankungen zu. Zwei Punkte zeichnen uns in Hessen noch aus im bundesweiten Vergleich der anderen Länder. Ich erinnere daran an den Aktionsplan der Landesregierung. Dort haben wir im Jahr 2012 schon sehr frühzeitig im Aktionsplan bundesweit neue Wege beschritten. Erstmalig sind dort beispielsweise die Ziele und der Begriff der Inklusion in den Steuerungsprozess der Arbeitsmarktförderung aufgenommen worden. Diese und viele andere Initiativen des Aktionsplans bieten die Grundlage dafür, die Teilhabemöglichkeit mit behinderten Menschen konkret zu verbessern. Mit dem hessischen Aktionsplan wurde der Rahmen geschaffen, dass sich das Verständnis und das gegenseitige Bewusstsein von Menschen mit und ohne Behinderung weiterentwickeln und verbessern kann. Der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist die Einrichtung von Modellregionen. Sie wissen, dass wir hessenweit mehrere Modellregionen haben, die im Rahmen des Hessischen Aktionsplans zum Schluss zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Hessen sind. Damit wird insgesamt die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Kommunen zum Abbau noch vorhandener Barrieren für Menschen mit Behinderungen fortgesetzt und deutlich erweitert. Ich freue mich auf die Diskussion und gehe davon aus, dass wir bei diesem Thema einen großen Konsens gemeinsam haben. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Präsident, meine Damen und Herren! – Ja, Herr Kollege Reul, es wäre schön, wenn es so wäre. Ich bin mir nur nicht vollkommen sicher. In der Grundzielsetzung, dass die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen ist, und zwar von allen staatlichen Ebenen, einschließlich der Kommunen und bezogen auf jeden einzelnen Behinderten, kann man gar nicht unterschiedlicher Auffassung sein, weil das geltendes Recht ist. Worin wir uns leider offensichtlich nach wie vor unterscheiden, ist, welche konkreten Verpflichtungen einerseits und welche konkreten Rechtsansprüche andererseits von Trägern von staatlichen Menschen eben gemacht werden können, bzw. von Menschen mit Behinderung bzw. deren Vertretern in Anspruch geltend gemacht werden können, und welche Maßnahmen angemessen und notwendig sind, und wo ein sogenannter Ressourcenvorbehalt geltend gemacht werden kann. Das ist die Kardinalfrage, über die wir uns auch im Zusammenhang mit der Kultuspolitik, der Bildungspolitik, einer inklusiven Politik ständig auseinandersetzen, und wo wir leider unterschiedlicher Auffassung sind. Mir scheint bei der einen oder anderen Formulierung des Gesetzentwurfs, den Sie jetzt hier vorgelegt haben, dieses auch so zu sein. Deswegen, weil das so ist, ist es mehr als schade, dass dieser Gesetzentwurf heute auf dem Tisch des Hauses liegt. Mir fehlt, ehrlich gesagt, jede Fantasie, wie dieser Gesetzentwurf in der verbleibenden Zeit in dieser Legislaturperiode noch angemessen behandelt werden kann, gerade weil es aus meiner Perspektive nicht nur um ein paar mehr oder weniger technische Anpassungen an das Bundesgesetz geht, sondern weil eine der Kardinalfragen ist. Ich werde das an zwei Punkten darlegen. Welche unmittelbaren Ansprüche Menschen mit Behinderung haben und was beispielsweise für die Beteiligung der Kommunen folgt. Das ist einer der Streitpunkte aus diesem Gesetzentwurf. Deswegen wäre ich dringend für Hinweise dankbar, wie Sie sich den weiteren Gang der Beratung vorstellen. Normalerweise hätte ich erwartet, dass dieses Gesetz, nachdem Sie vor drei Jahren, ich glaube, Kollegin Erfurth war es, gesagt haben, als wir einen Gesetzentwurf vorgelegt hatten, dieser Gesetzentwurf kommt zur Unzeit, der auch. Sie hätten wenigstens, wenn schon die Regierung nicht in der Lage ist, übrigens wie beim Bundesteilhabegesetz auch, das fast zeitgleich auf dem Tisch liegt und mit ähnlichen Problemlagen behaftet ist, wenn schon die Regierung nicht in der Lage ist, rechtzeitig einen Gesetzentwurf auf den Tisch zu legen, dann hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie in dem Moment, in dem Sie ihn auf den Tisch legen, eine Sondersitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses für heute Abend anberauben, und dann mit uns gemeinsam beraten, wie wir das denn noch in dieser Legislaturperiode mit unter Anlegung der üblichen und in diesem Fall besonders zu beachtenden Verfahrensregeln, schriftliche und mündliche Anhörung, ordnungsgemäße Beratung in einer ordnungsgemäßen Ausschusssitzung und dann die Möglichkeit der zweiten und gegebenenfalls dritten Lesung, wie wir das bis zum 19. Januar in der verbleibenden Zeit hinkriegen sollen, wenn, wie ich gleichzeitig lese und höre, die Ausschusssitzungen im Oktober und November bereits gestrichen sind. Das wüsste ich wirklich gerne und ohne jede Polemik. Denn wenn das nicht gewährleistet ist, dann können wir dieses Gesetz, Herr Kollege Reul, so bedeutsam, wie es ist, eigentlich beiseitelegen und auf Wiedervorlage für die nächste Legislaturperiode. Auf Wiedervorlage für die nächste Legislaturperiode. Sie hatten das fünf Jahre lang in Ihrem Koalitionsvertrag stehen und kommen uns in der vorletzten Sitzung vor der Landtagswahl angesichts der Lage, wie ich sie jetzt beschrieben habe, mit einem Gesetz, das nicht trivial ist. Dass ich gerne in der Tat, und da folge ich Ihnen, unstreitig gestellt hätte, ist mehr als bedauerlich. Das ist eine Art und Weise, wie man genau die dringend notwendige parteiübergreifende Zusammenarbeit in diesem Feld nicht herstellt oder von vornherein erschwert. Ich will es einmal vorsichtig ausdrücken. Woran mache ich das fest? Sie schreiben in § 7 Ihres Entschlusses – Moment, nein, ich fange einmal anders an. Die Frage des Wunsch- und Wahlrechts von Menschen mit Behinderung ist eine der Kardinalfragen bei der Ausgestaltung von Hilfen für Menschen mit Behinderung. Die Frage ist, ob das in Ihrem Gesetz uneingeschränkt vorhanden ist. Derzeit steht dort – und das soll auch nicht geändert werden – Menschen mit Behinderung soll im Rahmen der individuellen Hilfeplanung ihren Wünschen entsprechend die Möglichkeit gegeben werden, auch bei wachsendem Hilfebedarf in dem Ihnen vertrauten Wohnumfeld zu bleiben. Das ist eine Regelung mit sehr vielen Einschränkungen. Ich glaube, in einer Zeit, in der von Wunsch und Wahlrecht für Menschen mit Behinderung zu Recht mehr gesprochen wird als zu jeder anderen, hätte es gehört, diese Norm noch einmal einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen und sich zu fragen, ob dies das letzte Wort ist. Wir hatten seinerzeit vorgeschlagen in unserem zur Unzeit gekommenen Vorschlag, dass Menschen mit Behinderung uneingeschränkt berechtigt sind, ihren Wohnsitz und die Wohnform selbst zu bestimmen. Dies gilt auch für Menschen mit erhöhtem Assistenzbedarf. Angebote des selbstständigen Wohnens sowie der ambulanten Tagesförderung haben Vorrang vor stationären Betreuungsformen. Das wäre eine Debatte, die im Grundsatz zu führen wäre. Ich weiß nicht, wie wir die jetzt in der verbleibenden Zeit führen sollen. Zweiter Punkt. Ich habe das bereits angedeutet. Die Frage der Einbeziehung der Kommunen in das Regelungswerk. Sie haben die wesentlichen Formulierungen auf die Träger öffentlicher Gewalt bezogen. Das schließt die Kommunen, wobei ich das beurteilen kann, aus. Ich halte das für falsch. Ich weiß, warum Sie die Formulierungen so gewählt haben, wie Sie sie gewählt haben, weil sie Konnexitätsfolgen fürchten. Aber sehen Sie genau das, ob die Konnexitätsfolgen tatsächlich zu befürchten wären, erstens. Zweitens. Die Frage, wenn Sie zu befürchten wären, wie man damit umgeht, wäre eine Grundsatzfrage gewesen, über die in diesem Zusammenhang zu diskutieren wäre. Erstens. Ich glaube nicht automatisch, dass Konnexitätsfolgen zwingend sind. Da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen zu. Zweitens. Wenn es so wäre, dann müssten wir hier eine politische Entscheidung darüber treffen, ob wir das in Kauf nehmen wollen oder nicht. Denn es kann nicht sein, dass ohne Weiteres die Lebenslage von Menschen in den Kommunen, und da sollten wir uns jetzt wirklich, weil es evident ist, dass die Masse der Probleme, über die wir hier reden, tatsächlich im Alltagsleben, und das heißt notwendigerweise auf einer von den Kommunen zu gestaltenden, mitzugestaltenden, mindestens ... Kollege Merz, Sie müssen zum Schluss kommen. ... stattfinden. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Das alles können wir hier weder im Grundsatz noch im Detail diskutieren. Das ist jammerschade. Ich warte jetzt auf eine Antwort von irgendjemandem, wie Sie sich den weiteren Gang der Beratung und Beschlussfassung vorstellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzende der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Kollege Merz, ich glaube nicht, dass die Regierung nicht in der Lage war, hier ein qualitativ hochwertiges Gesetz vorzulegen. Ich glaube, da gibt es andere Implikationen, die eine Rolle gespielt haben dürften. Ich glaube schon, dass die Landesregierung auch in der Lage gewesen wäre, hier ein qualitativ hochwertiges Gesetz vorzulegen. Aber vielleicht kommen wir in der Debatte noch einmal näher dazu. Wenn ich den Gesetzentwurf aufschlage und unter A. Problem lese, die Koalition sieht daher vor, dass das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz an die Bestimmung der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst werden soll, dann sieht man eigentlich die Initiativ, wo sie herkommt. Sie haben es in Ihrem Koalitionsvertrag stehen. Sie wollen sich wahrscheinlich nicht vorwerfen lassen, Sie hätten sich fünf Jahre nicht um dieses Thema gekümmert. Darum haben Sie den Gesetzentwurf jetzt eingebracht. Stellt uns vor, sage ich jetzt einmal, Probleme in der Abarbeitung dieses Gesetzentwurfs, weil es natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Herr Reul hat darauf hingewiesen. Ich muss hier nicht alles wiederholen. Der Gesetzentwurf gibt es eigentlich auch noch gar nicht her. Wenn ich mir das anschaue, Modellregion, Inklusionsbeirat, das sind so Dinge, die man nicht kritisieren kann. Aber wenn die Verbindlichkeit dieses Gesetzes, das hier vorliegt, zur Rede steht, bin ich einmal gespannt, wie die Verbände, wenn es eine Anhörung gibt, sich zu dieser Verbindlichkeit äußern. Ich will sagen, man könnte in diesem Bereich unendlich viel Geld ausgeben. Wenn man das verbindlich bis zur kommunalen Ebene heruntertreibt, auf die Privatwirtschaft ausdehnt, kann man gigantische Summen Geld ausgeben. Dass das nicht möglich ist und dass wir Prioritäten setzen wollen, möchte ich hier für meine Fraktion auch gleich sagen. Ich will deshalb auch nicht so hart in die Kritik gehen und sagen, man hätte das und das und das alles verbindlich schreiben müssen, das Gesetz. Aber natürlich ist die Frage, wenn man ein Gesetz vorlegt, was regelt man denn dann? Sie sagen selbst, dass die UN-Behindertenrechtskonvention sowieso für alle Fachbereiche in der Regierung gilt, und dass Sie deshalb die entscheidenden Punkte schon in den Fachgesetzen regeln. Das schreiben Sie selbst. Dann kommen relativ viele gesetzliche Anregungen, aber mit einer geringen Verbindlichkeit. Von daher weiß ich noch nicht, wie intensiv ich mich damit beschäftigen muss, weil ich erstens nicht weiß, wird es überhaupt jemals die Chance haben, Gesetz zu werden in der Legislaturperiode noch. Da werden Sie bestimmt etwas dazu sagen, Kollegin Erfurth. Aber vor allem auch, welche Tiefe der Regelung werden wir uns denn begeben? Von daher erste Lesung. Wir werden uns natürlich sachlich diesem Thema nähern. Wir haben Zielkonflikte. Wir haben den ganzen Tag über Mieten und Bauen gesprochen, und die Kosten, die entstehen, wenn man das tut. Barrierefreiheit ist sicherlich eine Frage, die auch in dem Zielkonflikt besprochen werden muss. Von daher sind wir interessiert, was in der Anhörung herauskommt, wenn es denn eine gibt, und wir werden uns dann entsprechend verhalten. Ich bin ein bisschen kritisch, wie Herr Merz auch, es jetzt vorzulegen. Aber vielleicht haben Sie ja einen klugen Vorschlag, wie wir das mit Anstand auch alles behandeln können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kritik über die Art und Weise, wie dieses Gesetz hier vorgelegt worden ist, schließe ich mich vollumfänglich an. Das muss ich jetzt nicht noch einmal in aller Breite beschreiben. Ich finde es schon gut, wenn wir als Parlament bis zum Ende arbeiten. Das sollten wir auch. Die Gleichzeitigkeit, dass aufgrund von Wahl- und Wahlkampfaktivitäten usw. finden die Ausschusssitzungen nicht statt, die sind das eigentliche Problem für mich darin. Dass wir hier unsere Arbeit machen, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass man auch jetzt noch ein Gesetz einbringen könnte, wenn der Not wäre und man es tun müsste, das muss auch sichergestellt sein. Diesen Entwurf hätten wir schon lange haben können, den hätten wir lange abarbeiten können. Dann wäre auch für die Menschen mit Behinderung vielleicht das eine oder andere besser geworden in diesem Land. Allerdings, wenn man den Entwurf dann liest und sich mit den Inhalten beschäftigt, dann kommen mir da ziemliche Zweifel. Ich habe jetzt die Gelegenheit, auch hier schon einmal ins Detail zu gehen. Ich will Ihnen einmal ein Schmeckewöhlerchen vorlesen. Da steht nämlich in § 18, dass der Beauftragte der Landesregierung durch geeignete Maßnahmen darauf hinwirken, dass das Land Hessen die Beschäftigungspflicht nach § 154 bis 156 des 9. Buches Sozialgesetzbuch erfüllt. Hierzu die Hessische Landesregierung in allen Fragen usw. usw. Das heißt, und das finde ich schon richtig gut, dass Sie das tun, Sie schreiben sich hier auf, dass die Beauftragte für Menschen mit Behinderung darauf achtet, dass die Landesregierung Gesetze erfüllt. Wow, 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 da muss man schon ganz schön Huzpe für haben. Ich schreie noch gar nicht, wenn ich schreie, hören Sie das. Das heißt doch, und das tun Sie auch nicht, dass Sie diese Regelungen gar nicht erfüllen. Das ist doch ein unglaubliches Armutszeugnis für dieses Land. Bleiben wir bei der Beauftragten der Landesregierung. Die Beauftragte wird eingesetzt. Das kann man so tun, das muss man nicht so tun. Die Beauftragte arbeitet ehrenamtlich, also bei allem Respekt vor der Arbeit von Frau Müller-Erichsen. Ich finde das großartig, was sie macht, und das muss man an der Stelle auch einmal sagen. Aber hier braucht man ein Hauptamt mit allem, was dazugehört, und nicht nur einen Menschen, sondern möglichst auch mehrere. Wir sprechen hier von Tausenden von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen, unterschiedlichsten Betroffenheiten und damit auch unterschiedlichsten Bedürfnissen. Dem muss Rechnung getragen werden, und das geht nicht im Ehrenamt. Das geht nur im Hauptamt. Dann stellen Sie der Beauftragten den Inklusionsbeirat zur Seite, der wiederum die Beauftragte auswählt. Aber mehr durchregieren kann man, glaube ich, nicht mehr. Wo ist denn hier die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen? Die werden dann freundlicherweise von der von der Landesregierung eingesetzten Beauftragten wiederum ernannt. Bitte, ist das demokratische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen so ein Gremium, das bei allen wesentlichen Fragen über Behinderung mit dieser Regierung reden soll? Nein, das ist es definitiv nicht. An der Stelle gehen Sie doch total an der Anforderung der UN-Behindertenrechtskonvention vorbei. Das ist für mich die Hauptkritik an diesem Gesetzentwurf. Es gibt noch viele andere Punkte, über die wir hier reden könnten. So etwas wie Beweislastumkehr könnte man einmal darin aufnehmen. Das wäre eine wesentliche Hilfe der Menschen mit Behinderungen. Wenn ein gehörloser Mensch oder gar ein Verein von gehörlosen Menschen mit ihnen, ihren Abgeordneten vor Ort reden will und dafür einen Dolmetscher braucht, wer bezahlt denn den Dolmetscher? Die Gehörlosen aus ihrer privaten Tasche. Das kann es doch nicht sein. Oder sie sind freundlich und tun das für diese Menschen, weil sie in der Regel das bessere Einkommen haben. Aber es gibt keine Institution, die sagt, ich habe das Recht, mit meinen Abgeordneten, mit meinen Menschen vor Ort, die mich politisch vertreten, zu reden. Ich bekomme dann die notwendigen Hilfsmittel finanziert, weil sich diese Landesregierung an dieser Stelle nicht angemessen kümmert. Das Wort Taubblind kommt hier nicht angemessen vor, und es ist immer noch nicht dafür Sorge getragen, die Regelungen zu treffen. Wenn es um Neubauten und Erweiterungsbauten geht, und was sind denn Erweiterungsbauten? Ich will gar nicht von Umbauten reden. Bei Umbauten kann es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle sehr schwierig sein. Aber was sind denn Erweiterungsbauten anders als Neubauten, die an ein bestehendes Gebäude angehängt werden? Die haben selbstverständlich behindertengerecht, in jeder Form zu sein, und zwar ohne Einschränkungen. Das steht aber so nicht hier drin. Es ist eine Ausnahmeregelung drin, und es gibt keinen Grund, eine Ausnahmeregelung für Erweiterungsbauten zu schaffen. Ich würde noch einmal nachlesen, was Sie aufgeschrieben haben. Man muss doch einmal schauen, ob man immer alles von der Haushaltslage abhängig macht oder ob man sagt, dass man hier einmal sehr klar und eindeutig ist, wenn umgebaut wird, darauf zu achten. Wie ist das mit lebenslangem Lernen, das wir an allen Stellen fordern? Lebenslanges Lernen von Menschen mit Behinderung setzt voraus, dass die entsprechenden Räume auch erreichbar sind. Auch dafür muss noch einmal mit Nachdruck gesorgt werden. Da gibt es so viele Dinge an der Stelle, die wir hier überhaupt nicht finden. Wann ist denn eine wirtschaftliche Belastung unangemessen? Das ist so ein schwammiger Ausdruck. Der eine findet es, wenn es 3,50 € mehr kostet, schon unangemessen. Das kann man so nicht machen. Dann gibt es hier Unterstützungsregelungen für sehbehinderte Menschen zur Wahl. Es gibt an einer anderen Stelle eine Aufforderung, in leichter Sprache zu arbeiten. Warum gibt es nicht dieselben Unterstützungsregelungen in leichter Sprache für Menschen zur Wahl? Auch das könnte man hier einmal aufnehmen, weil genau leichte Sprache immer wieder eines der Probleme ist, mit denen wir es zu tun haben. Ich sage einmal, da sind ganz große Baustellen in diesem Entwurf, wie wir sie praktisch abarbeiten sollten. Vielleicht sollten wir hier heute gleich beschließen, dass wir die gestrichenen Ausschusssitzungen doch stattfinden lassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen eine gute Beratung zu diesen Gesetzen. Wir brauchen die Anhörung der betroffenen Menschen. Wir brauchen selbstverständlich die Beteiligung, und zwar auf allen rechtlichen Ebenen, und nicht nur im Sinne von Goodwill und obenherab- und durchregieren, sondern in tatsächlich basisdemokratischer Beteiligung. Das sieht das Gesetz hier leider überhaupt nicht vor. Damit erfüllt es die Voraussetzungen der UN-Konvention gar nicht. Das ist das große Manko. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das Hessische Behindertengleichberechtigungsgesetz war schon mehrfach Gegenstand von Erörterungen hier im hessischen Plenarsaal. Im Jahr 2015 hat Herr Kollege Merz darauf hingewiesen, hat die SPD einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir hatten eine Anhörung dazu. Das war ein relativ geteiltes Echo. Damals haben sich die Regierungsfraktionen entschieden, dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen, weil damals das Bundesteilhabegesetz auf der Bundesebene noch in den Beratungen steckte, und wir abwarten wollten, was sich konkret verändern werden würde. Dieser Prozess auf der Bundesebene ist abgeschlossen. Da sind z. B. auch Wunsch- und Wahlrecht geregelt, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Merz. Von daher brauchen wir diesen Teil nicht mehr jetzt regeln, hier im hessischen Ausführungsgesetz. Es zeigt sich also, es macht durchaus Sinn, dass wir das abgewartet haben. Der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Wir beraten jetzt das hessische Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz. Das machen wir gerade parallel. Daher ist es eben auch das politische Anliegen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN, dieses Hess-BBG noch in dieser Wahlperiode abzuschließen. Herr Kollege Merz und auch die anderen Kollegen haben sehr viel Redezeit darauf verwandt, sich dazu zu überlegen, wie das eigentlich gehen kann. Ich sage mir, wir sind gewählte Abgeordnete bis zum Zusammentritt des nächsten Parlaments. Das ist der 19. Januar. Bis dahin bin ich willens zu arbeiten. Die Sitzungen im Oktober sind abgesagt. Aber danach gäbe es durchaus Möglichkeiten, sich noch einmal zu Sitzungen zusammenzufinden. Wenn Sie allen willens sind, mit uns gemeinsam dieses Gesetz noch in einem ordnungsgemäßen Gang zu beraten, könnte man das hinbekommen. Das bieten wir an. Wenn Sie alle das auch so sehen, denke ich, kann man das auch hinbekommen. Es hätte auch nichts eine Sondersitzung heute Abend genutzt, Herr Merz. Denn bis zur nächsten Sozialausschusssitzung hätten wir keine Anhörung vernünftig organisieren können. Von daher können wir das ganz normal im Beratungsgang machen. Ja, heute Abend Sondersitzung. Wir hätten doch nicht ernsthaft beschließen können, in drei Wochen eine mündliche Anhörung zu machen. Das wäre doch für die Anzuhörenden nicht leistbar gewesen. Ich sage es Ihnen nur, hätten Sie es gewollt, wenn Sie das wollen, machen wir das. Aber das wäre doch nicht ernsthaft gewesen. Wenn Sie gemeinsam wollen, machen wir das. Dann bekommen wir das in einem sehr guten Verfahren geregelt. So viel zu den organisatorischen Maßnahmen. Wir legen Ihnen einen Gesetzentwurf vor, der sich aus unserer Sicht an den Belangen der behinderten Menschen orientiert und der die nötigen Anpassungen an die UN-Behindertenrechtskonvention vornimmt. Er ist daran ausgerichtet, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen zu ermöglichen und dabei genau auf die Belange der behinderten Menschen guckt und auf die besondere Situation von Frauen mit Behinderungen eingeht. Auch das ist extra noch einmal im Gesetzentwurf drin. Frau Kollegin Schott, das haben Sie vielleicht überlesen, aber es ist extra drin. Ich hatte es vielleicht falsch verstanden. Ich hatte es verstanden, Sie seien nicht drin, dass Sie das kritisiert haben. Wir nehmen mit dem Gesetzentwurf wichtige Anpassungen für wichtige Begriffsbestimmungen in der Behindertenpolitik vor. Der Kollege Reul hat es ausgeführt, was nämlich Behinderungen angeht, wie Barrierefreiheit zu verstehen ist, was Benachteiligung ist im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Ich glaube, da sind wir auf einer ganz guten Seite. Es ist Zeit, dass wir uns im Gesetzestext so bewegen. Ich will nur ein paar Punkte erwähnen, nicht alles. Besondere Aufmerksamkeit liegt in diesem Gesetzentwurf auf der Kommunikation. So sollen öffentliche Stellen verstärkt in leichter Sprache kommunizieren. Das finde ich einen ganz wichtigen Bereich. Es gibt ja schon Broschüren, zum Beispiel aus dem Sozialministerium in leichter Sprache. Zur Wahl ist eine erstellt worden. Wir wollen, dass das jetzt sozusagen in den Behörden auch Pflicht wird, Broschüren und Erklärtexte in leichter Sprache zu machen. Ich wage einmal eine Prognose. Das kommt sicher auch Menschen, die keine geistige Behinderung haben, sehr gelegen in einer verständlichen und einfachen Sprache auch einmal Erklärtexte zu bekommen. Ich finde das jedenfalls erhellend. Für geschädigte Menschen weiten wir in diesem Gesetzentwurf die Möglichkeiten der Kommunikation mit öffentlichen Stellen aus. Wir schauen gerade auf die taubblinden Menschen, für die Gebärdensprache nicht die Lösung ist, um mit einer Behörde zu kommunizieren. Hier gibt es dann im Rechtsverfahren Ansprüche auf Kommunikation in anderen Sprachen für behinderte Menschen abzubilden, damit sie ein geeignetes Kommunikationsmittel finden. Ich finde, das ist gut und richtig so. Außerdem haben wir die Verpflichtung, die EU-Richtlinie 2016-2102 auf allen staatlichen Ebenen umzusetzen. Diese Richtlinie verpflichtet alle staatlichen Stellen, für barrierefreie Informationstechnik zu sorgen. Das heißt, dass Websites, Apps und alles Mögliche möglichst barrierefrei sind. Das klingt jetzt erst einmal einfach, ist aber nicht trivial. Denn Sie alle wissen, wie schnell sich Technik entwickelt. Deshalb schlagen wir vor, dass wir hier eine Verordnungsermächtigung ins Gesetz aufnehmen, damit wir entsprechende Anpassungen vornehmen können. Damit dieser wichtige Punkt, denn Internet, Sie alle wissen es, ist auch für behinderte Menschen ein ganz wichtiger Punkt, sich zu informieren und auf Informationen zuzugreifen. Das ist sicherlich auch für ältere Menschen ein Vorteil, wenn sich Websites lesefreundlicher gestalten und andere Dinge, die barrierefreie Kommunikation ermöglichen, eingebaut werden. Das finde ich einen sehr wichtigen Schritt in der Kommunikation nach außen. Die Landesbeauftragte sollte künftig auch den Kommunen zur Beratung zur Verfügung stehen. Wenn die Kommunen das wollen, finde ich auch durchaus einen vernünftigen Schritt, den wir uns da überlegt haben. Es soll auch einmal in der Legislatur berichtet werden, wie sich der Prozess der Inklusion und der Wahrnehmung der Interessen von Menschen mit Behinderungen im Jahr entwickelt hat. Auch das finde ich einen wichtigen Punkt, um das Augenmerk darauf zu rechten, wie sich Partizipation in Hessen weiterentwickelt hat. Der neu eingerichtete Inklusionsbeirat haben wir schon eingeführt. Der ist jetzt im Gesetzentwurf verankert und soll eingebunden werden. Auch das finde ich wichtig. Eltern mit Behinderungen sollen in ihrer Elternschaft unterstützt werden. Auch das ist ein Punkt, den wir in diesem Gesetzentwurf haben. Es gibt noch einen ganz anderen Strauß. Sie haben diese Dinge teilweise angesprochen. Ich will mit Blick auf die Zeit das nicht alles wiederholen. Aber das Angebot steht. Wenn Sie alle mitmachen wollen, wollen wir diesen Gesetzentwurf auch in dieser Legislaturperiode noch verabschieden. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Inklusion und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist für die Landesregierung ein ganz wesentliches und wichtiges Anliegen, und zwar betrifft das alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Behinderung ist nicht nur eine gesundheitliche Einschränkung, sondern steht auch in Wechselwirkung mit sozialen Barrieren. Der Schutzbereich der UN-Behindertenrechtskonvention gilt für Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen, geistigen und sinnesbeeinträchtigungen, sofern sie von Teilhabehindernissen betroffen sind. So ist Art. 1 der UN-BRK. Dabei wird Behinderung – ich zitiere jetzt auch aus der UN-BRK – als Konzept verstanden, welches sich ständig weiterentwickeln kann. Die vielfältigen Erscheinungsformen von Behinderungen erfordern dann auch eine angemessene Reaktion von Verwaltung. Deswegen sind wir jetzt beim Geltungsbereich des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes, das in Analogie zum Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes auf das allgemeine Verwaltungsverfahren der Landesbehörden sich beschränkt und keine Ausstrahlungswirkung in den privatrechtlichen Raum hat. Der Charakter des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes als Rahmen- oder Postulationsgesetz hat sich bewährt. Wenn inklusives Denken schon in der Verwaltung ansetzt, werden ausgrenzende oder auch diskriminierende Strukturen vermieden oder zumindest sukzessive abgebaut. Dabei ist es erforderlich, dass Lebenssachverhalte auch besondere Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und insgesamt dort geregelt werden, wo sie für die Bürgerinnen und Bürger in der Regel geregelt werden, nämlich in den jeweiligen Fachgesetzen und in keiner Spezialgesetzgebung für Menschen mit Behinderung. Würden wir das so tun, würde die Gefahr der Exklusion bestehen. Das Verwaltungsverfahren muss deshalb transparent für alle Beteiligten sein. Im Sinne der Präambel der UN-Bundesbehindertenrechtskonvention wird im § 1 des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes mit der Übernahme der Worte volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe signalisiert, dass es auf das Ergebnis ankommt, nämlich auf die Überwindung von Zugangsbarrieren, die die Teilhabe einschränken. Die zentralen Leitprinzipien der UN-BRK, Selbstbestimmung, Zugänglichkeit, Partizipation und Achtung der Menschenwürde werden, damit dann auch Bestandteil des Gesetzesziels. Die UN-BRK verpflichtet, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung in der UN-BRK niedergelegten Rechte zu treffen. Das ist mit der im Jahre 2016 schon erfolgten Änderung der gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung bereits sichergestellt worden, dass Gesetze und Verordnungen am Maßstab der UN-BRK zu überprüfen sind. Insofern wird natürlich dann auch dafür Sorge getragen, dass bei Regelungen von unterschiedlichen Lebensbereichen die berechtigten Interessen von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich mitbedacht werden müssen. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz kann in dem Sinne zwar heute schon als Umsetzung der UN-BRK ausgelegt werden, es sorgt für Transparenz und eine einheitliche Rechtsanwendung und hilft, Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung in der Praxis auch entsprechend zu beheben. Das Bundesgleichstellungsgesetz verpflichtet nur die Bundesbehörden oder in den Ländern, die Behörden die Bundesaufgaben wahrnehmen. Die Landesgleichstellungsgesetze sind daher fortzuentwickeln, um dem Diskriminierungsverständnis und den zentralen menschenrechtlichen Prinzipien der UN-BRK Rechnung tragen zu können. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz enthält daher allgemeine Regelungen, Definitionen und Verfahrensweisen. Ebenfalls wird analog dem Bundesgleichstellungsgesetz das Konzept der angemessenen Vorkehrungen mit diesem Gesetz implementiert. Da reicht es nicht nur, die Kommunen mitzunehmen. Es ist wichtig, sie mitzunehmen, aber dabei nicht vorzuschreiben, wie sie die Vorgaben der UN-BRK in ihren Zuständigkeitsbereichen umzusetzen haben. Insofern ist dort die Freiheit entsprechend gegeben. Möglicherweise gibt es hier einige andere Vorstellungen innerhalb des Hessischen Landtages. Das Ziel der Herstellung von Barrierefreiheit wird durch das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz in den Bereichen, für die das Land selbst verantwortlich ist, konkretisiert. § 10 Herstellung von Barrierefreiheit, § 11 Verwendung von Kommunikationshilfen, § 12 Barrierefreie Dokumente, § 12a Erläuterungen in einfacher Sprache, Übertragungen in leichter Sprache werden nur für die Träger öffentlicher Gewalt des Landes nun mehr konkrete Vorgaben gemacht. Die Kommunen wiederum bleiben selbst für die UN-BRK-konforme Gestaltung ihrer Verwaltungsverfahren zuständig. Das ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung auch der richtige Weg. Der vorgelegte Gesetzentwurf findet die ungeteilte Zustimmung der Hessischen Landesregierung. Ich bin sehr dankbar, dass die Fraktionen diesen eingebracht haben. Natürlich ist bei gutem Willen in dieser Legislaturperiode dieser Gesetzentwurf auch noch mit einer Beschlussfassung des Hessischen Landtages des Gesetzgebers zu versehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Minister. Herr Kollege Gerhard Merz hat sich zu einem kurzen Beitrag gemeldet. Herr Präsident, ich habe Ihnen versprochen, ich mache es so kurz wie möglich, jenseits der fünf Minuten. Ich wollte eigentlich zu der inhaltlichen Frage gar nichts mehr sagen. Aber Herr Minister, wissen Sie, Sie haben genau in einem Nebensatz das zum Ausdruck gebracht, was ich vorhin formuliert habe. Sie haben gesagt, wir wollen die Kommunen mitnehmen, aber wir wollen ihnen nicht hineinregieren. Ich will Sie darauf hinweisen, dass die Frage des Ressourcenvorbehalts etwas vollkommen anderes ist als die Frage, dass man Leuten etwas vorschreibt. Die Frage ist, ob es einen Grund gibt, von einer ansonsten zwingenden Vorschrift, nämlich der UN-Behindertenrechtskonvention abzuweichen. Das ist die Kardinalfrage. Sie ist im Zusammenhang mit der Novellierung des Hessischen Behinderten-Gleichstellungsgesetzes zu diskutieren. Frau Kollegin Erfurth, jetzt komme ich zur Frage des Verfahrens. Es wäre klug gewesen, und ich frage mich, wer hat Sie eigentlich gehindert, dieses Gesetz parallel zum Ausführungsgesetz des Bundesteilhabegesetzes vorzulegen. Es wäre nichts logischer gewesen, als diese zwei Dinge in einem Zusammenhang zu stellen, nicht nur, weil es den Gesamtzusammenhang gibt, sondern weil es zum Beispiel bei der Frage des Inklusionsbeirats einen sehr engen Zusammenhang gibt. Wir haben hier in der Anhörung jedenfalls die von uns, die daran aktiv teilgenommen haben, was man, glaube ich, nicht von allen Kolleginnen und Kollegen, die im Saal waren, sagen kann. Sie waren eine rühmliche Ausnahme. Wir haben gehört, dass die Frage der Vertretung der Interessen von behinderten Menschen im Zusammenhang mit dem BTHG ein strittiger Punkt war. Sie regeln das jetzt im Inklusionsbeirat auch. Es wäre sehr klug gewesen, das miteinander in Verbindung zu diskutieren und hier zu einer einheitlichen, umfassenden Lösung zu kommen. Ich will das nur an dem Punkt sagen. An unserer Bereitschaft, auch noch am 18. Januar nächsten Jahres zu einer Sondersitzung zusammenkommen, soll es nicht fehlen. Ich arbeite an dem Tag bis um 12 Uhr nachts. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn Sie sich erinnern wollen, wir haben im Zusammenhang mit dem Ausführungsgesetz BTHG, im Zusammenhang mit dem Rettungsdienstgesetz, im Zusammenhang mit dem Novelle Krankenhausgesetz, um jede Woche für die schriftliche Stellungnahme der Anzuhörenden gefeilscht. Wir haben Sie auf Knien gebeten, eine andere Sondersitzung des Ausschusses zu machen, um die Anhörung ordnungsgemäß und in einem würdevollen Rahmen abzulassen. Alles das hat nicht stattgefunden. Alles dieses hat so nicht stattgefunden. Ich und meine Fraktion werden das ordnungsgemäß abwickeln. Wir werden sehen, ob nach stattgehabter Landtagswahl, wenn die Mehrheiten up for grabs sind, wie man im Englischen sagt, ob das alles noch hält, weil ein paar Grundsatzfragen aufgerufen sind. Ich wünsche uns allen viel Glück dabei. An uns soll es nicht fehlen. Aber sagen Sie nicht, Sie wären nicht gewarnt worden. Vielen Dank, Kollege Merz. – Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN an den zuständigen Fachausschuss zur Vorbereitung der zweiten Lesung. Es wird so gemacht. Meine Damen und Herren, es ist 13 Uhr. Wir unterbrechen jetzt die Plenarsitzung. Es geht weiter um 15 Uhr. – Vielen Dank. – Guten Appetit.